Ich bin immer noch Paul, aber danke für eine Runde mehr Selbstbewusstsein. Als Slammer werde ich ja fast jeden Tag gefragt. Naja, also ein paar Mal hat ja nicht schon gefragt worden. Einmal, um ehrlich zu sein, krieg ich mir ausgedachtes Überlebensum. Wurde gefragt, hey du Paul, sag mal, kann man eigentlich so von Bordwieslam leben? Du kannst die Bronte noch gar nicht. Und du Paul, kann man so von Bordwieslam leben? Darauf ich. Ja, wenn man es nebenbei macht. Aber es gibt so eine kleine Lücke, sagen wir mal so. Und zwar, man macht einfach Werbung. Fünf Minuten, hier sogar sieben. Werbung. Mein Text heißt Werbung. Und er geht so. Kaufen Sie jetzt der Springer Verlag, RTL 2 und die Bundesagentur für Arbeit und Willen. Ein Spiel für PC und iPhone, das sowohl ihren Kindern Spaß macht, als auch auf eine soziale Zukunft in diesem Land vorbereitet. Lilly und Bubo in der Gasse. Viele knifflige Rätsel und stupide Spiele machen Lilly und Bubo in der Gasse. Zu einem ständigen Begleiter ihrer Kinder und Verwandern bei ihr langwürdige qualifizierende Hauptschulabschlussversuche in kurzweilige Wartezeiten. Welche Farbe hat die Tonne mit den leckeren Speiselessen? Welche Flaschen haben Pfand? Und wie verwende ich die Spritze nochmal? Sind nur drei hochwertige Lernziele von Lilly und Bubo in der Gasse. 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 Für die kleinen zukünftigen Sozialsparkerzahlen. Weiter enthalten sind Jedes Loch bringt eine Mahlzeit. Bösere Banker-Boxen. Hillen-Memorie. Die knüfflige Papa-Schnitzel-Jagd. Lilly hat Blut im Schoß, na Gott sei Dank. Und ganz beliebt, Adam mit dem Gürtelsuchen. Nur acht Stunden täglicher Anwendung und wir versprechen Ihnen langanhaltende Stagnation kognitiver Fähigkeiten ihres Kindes. Förderung von 17 flexikalischer und zugleich nur für so'n taktischer Degeneration. Und das Stück zum einer hochfrequenten Aggressionssensibilität gegenüber Fähigkeiten orientiert oder wenn du gibst nochmal bei hinder Menschen. Wir fragen nach. Bei Eltern, die drei Wochen lang ihr Kind mit Lilly und Bubo in der Gasse. 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 Spielen diesen. Die war voll eine verfickte Schwuchtel. Aber seitdem vor der Dattelkiste hängt das so eine verfickte Schwuchtel, die mir nimmer auf die Eier geht. Jacqueline 20, Mutter von Kimberley 4. Der Vorher-Nachher-Test beweist es nach nur drei Wochen. Davor war Kimberley so. In der Kita nennt mir Attila immer meine Puppe weg. Das darfst du aber nicht. Stimm's, Manny? Fresse, du pizzenes Schwuchtel. Es kommt grad zu, bei Nanny. Und nur drei Wochen danach. Dich, du. Oder ich zünd' dich an. Du. Mit deiner... Also verpiss dich mit deiner... Oder ich... Und... Mit deiner... Auf... Deiner Mutter! Ein soßes Ding. Überzeugen Sie sich selbst, sogar für Eltern ist eine Lillie und Bubu in der... Koste, 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 Koste. Ein unverzichtbarer Begleiter in der Erziehung ihrer Kinder geworden. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie gratis einen Fixbesteck im Hello Kitty Kunstledercase. Versammkostenfrei dazu. Doch, das ist doch nicht alles! Bestellen Sie Lillie und Bubu in der... Koste, 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 Koste. Via SMS mit, meine Meinung bilden die Privaten und Ihren Kontozugangsdaten, Nanny 85333. Und erhalten Sie diesen genialen Klingelton kostenlos dazu. Das war noch nicht der ganze Klingelton. Und erhalten Sie diesen kostenlosen Klingelton kostenlos dazu. Erkauten, Hörnselauern, Ernst und Supper. Lillie und Bubu in der... Koste, 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 Koste. Kostet nicht 50 Euro. Nicht 40 Euro, nicht 30 Euro, nein, es kostet Sie nur 3,99 Euro. Stimmt. Dieses Angebot geht nur in Verbindung mit einem 24-Monatsvertrag von einem Monat in den 30-40-Hörnungsvertrag von der Lizenzvereinigung und Linsierung ihres Produktes. Lillie und Bubu in der... Koste, Koste, Koste. Der will wohl nur euer Bestes. Schönen. Vielen Dank.